Hey Freunde und Damen, herzlich willkommen zurück bei eurem Jolf und herzlich willkommen zurück zu... Die Musik ist zu laut. Und willkommen zurück zu Ark Aberration, wo wir in der letzten Folge erstaunlich oft gestorben sind, während wir versucht haben, uns den Drop zu sichern. Ich glaube, dass es ein Drop war. Es hat ja so geleuchtet, es müsste ein Drop gewesen sein. Jedenfalls sind wir erstaunlich oft gestorben, haben ziemlich... was heißt ziemlich viel verloren? Wir haben jetzt nicht viel verloren. Unser Werkzeug ist halt weg und so, ne? Es ist jetzt nicht krass viel weg. Ich meine, wir hatten ja auch nicht viel. Wer nicht viel hat, der kann auch nicht viel verlieren. So, warte mal, wo bin ich denn hier jetzt? Wo ist denn meine Bude? Warte mal, die muss doch hier... Da unten ist er, genau, genau, genau. Okay, wir gehen mal kurz da hin. Ich hole mir kurz ein paar Sachen wieder. Alter, wie viele Haare hat unser Typ eigentlich schon im Gesicht? Ey, der sieht schon aus, als würde er hier 50 Jahre wohnen. So, können wir mal bitte geradeaus gehen, danke. So, wir brauchen jetzt nämlich nochmal Steine. Steine brauchen wir ein paar. Habe ich noch Steine in der Kiste? Warte mal. Ich muss mir jetzt halt erstmal neue Werkzeuge bauen, Freunde. Ihr versteht. So, wie schaut es denn hier aus? Okay, wir haben ja natürlich Holz, Stroh und Faser. Damit zum Abwinken habe ich auch Stein. Natürlich habe ich keinen Stein. Stein ist also jetzt das Einzige, was mir quasi fehlt. Und mich davon abhält, mir ein neues Werkzeug zu bauen. Genau, Feuerstein brauche ich. Stein, Holz, Stroh brauche ich. Okay, dann nehme ich erstmal hier das Stroh ins Inventar. So. Und dann... Hm, suche ich mal Steine, ne? Freunde, let's go. Okay, ist natürlich wirklich mies, dass wir jetzt in der letzten Folge wirklich so viel Zeug verloren haben. Aber, ja. Müssen wir uns jetzt halt nochmal neu beschaffen. So ist das Leben. Und ich habe ja gesagt, wir machen hier ein ganz klassisches Let's Play. Hier wird nichts rausgeschnitten. Äh. Es ist denn, ich suche jetzt irgendwie im Internet was raus. Dann schneide ich das raus. Aber ansonsten machen wir alles im Let's Play. Und wenn ich... Hier war doch gerade was. Vielleicht auch nicht. Äh. Und wenn ich 50 mal sterbe. Es kommt alles rein. Alles cool. Ich habe gesagt, wir machen das so. Also machen wir das auch so. Ich werde jetzt nicht rausschneiden, wie ich mir das Zeug hier neu besorge. Ich glaube... Hä? Das hättet ihr wohl gerne, Freunde. Das hättet ihr wohl gerne. Deswegen. Wir müssen jetzt erstmal... Hier wieder die Lagerbestände, wenn ich das nur nennen darf, aufstocken. Und dann will ich ja auch relativ zeitnah, wie gesagt, uns eine neue Butze anfangen zu bauen. Ein neues Haus. Eine regelrechte Festung. Könnte man das nennen. Also gibt es ja eigentlich keine Steine. Ich sehe nirgendwo Steine zum Aufheben. Warte mal. Aber hier ist Holz auf jeden Fall. Und da ist auch ein Stein. Okay. Das heißt, wir können uns jetzt bereits eine Spitzhacke bauen. Was schon mal sehr, sehr gut ist. Sehr, sehr gut. So. Da haben wir eine Spitzhacke. Damit können wir uns denn jetzt mehr Stein besorgen. Oh, let's go. Was hab ich denn hier? Halt schon Taste. So. Wir können uns mehr Stein besorgen. Und dann müsste ich aber... Gleich ein paar Bäume umhauen. Für... Stroh. Obwohl, nee. Feuerstein hab ich dann jetzt ja auch bekommen. Warte mal. Dann kann ich mir jetzt auch direkt ne Axt machen, ne? Ach, guck mal an. Okay. Und ich kann mir direkt auch... ...nen... ...Stoffhemd machen. Und Helm und Hose auch. Was sehr gut ist, auf jeden Fall. Da freue ich mich. Und für einen Bogen fehlt mir jetzt eigentlich nur Holz. Dann haben wir den auch wieder am Start. Also ist jetzt alles... Ja, wir haben relativ viel verloren. Sagen wir es mal so. Es ist nicht wirklich jetzt ein arger Verlust, was wir jetzt haben. Was pfeift der Penner denn jetzt? So, das kommt dran. Das kommt dran. Das kommt dran. Hier. Zack. Zack. So. Dann haben wir wieder einen schönen Hut. So. Und jetzt müssen wir eigentlich nur ein paar Bäume... ...wegernten. Und ein paar Steine kloppen. Damit ich erstmal wieder einen Bogen mit Pfeilen habe. Weil das ist ja auch wichtig. Finde ich. Ah. Einen Bogen mit Pfeilen sollten wir auf jeden Fall am Start haben. Das ist ja wenigstens ein bisschen was zum Kämpfen und Verteidigen haben. Das ist auf jeden Fall gut. So, das reicht ja jetzt schon. Könnte ich mir jetzt schon... Ach ne, mir fehlen Fasern. Okay. Und ich bin am Verdursten. Das ist immer ungut. Verdursten ist immer ungut. Okay. So, let's go. Wir ernten nochmal. Kurz. Wir brauchen halt noch Fasern jetzt. Dann können wir bei uns schon mal den Bogen wieder bauen. Und dann brauchen wir, glaube ich, auch nur Holzfasern und Feuerstein für Pfeile. Ich denke mal, wenn wir erstmal so 30 Pfeile haben, schickt das eigentlich. So, wieso kann ich denn... Ah, so geht's. Okay. So, das müsste schon reichen, ne? Ja. Genau. Und hier brauche ich nur Feuersteinfasern. Ach, Feuersteinfasern. Stroh. Okay. Okay. Na gut, dann muss ich noch ein bisschen... Dann muss ich auf jeden Fall noch Fasern ernten. Und nochmal Bäume mit der Spitzhacke schlagen. Weil erstaunlicherweise bekommt man ja viel Stroh, wenn man Bäume mit der Spitzhacke schlägt. Ich weiß nicht genau, in welche physikalische Gesetzmäßigkeit das reinfällt. Aber es funktioniert scheinbar so. Wird schon richtig sein. Die werden wissen, was sie tun. Ich bin jetzt hier der Letzte, der das Spiel in Frage stellt. Na? Die haben sich schon was dabei gedacht. Hoffe ich. Haha. Jesus. Okay, let's go. Warte mal, wir brauchen... Ist das hier noch ein Busch? Ne. Okay. Dann hauen wir mal hier drüben die ganzen Bäume jetzt weg. Erstmal ein paar mit der Spitzhacke. Wegen dem Stroh. Und dann hauen wir uns noch ein paar Steine zu klummen. Wegen Feuerstein. Und dann werden wir uns wunderschöne Pfeile craften. Für unseren wunderschönen Bogen. Damit wir auf jeden Fall erstmal wieder uns in der Kunst der Selbstverteidigung üben können. Falls uns jemand zu nahe rückt. Eine Armlänge Abstand, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Das ist alles wichtig. Okay, und wir haben auch bald wieder ein Level ab, wie ich das gerade sehe. Ist nicht mehr so weit. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und dann können wir auch schon wieder mehr Holzzeug lernen. Und dann können wir wirklich bald eigentlich anfangen, uns eine einständige Bude zu bauen. Aus Holz. Was ich auf jeden Fall sehr begrüßen werde. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich vor allem darauf, Mauern zu bauen. So richtig ekelhaft große Festungsmauern. Und wenn wir dann Geschütztürme haben, schön Geschütztürme obendrauf. Und dann kann uns keiner mehr was. Boah, jetzt haben wir so wenig Ausdauer. Fucking hell. Okay, ich warte mal kurz. Wenn wir dann erstmal Geschütztürme obendrauf haben, dann sind wir auf jeden Fall richtig safe, Freunde. Dann kommt da keiner mehr rein. Kein Vieh, kein gar nichts. Okay, das Ding ist kaputt. Machen wir mal reparieren. Eins reparieren, bitte. Wir haben auch gerade gar keine Viecher hier in der Nähe, ne? Komisch. Aber mich soll es nicht stören. So, ich mache noch, bis der Stein hier weg ist. Obwohl, wie viel Feuerstein haben wir dann? Aber es müsste reichen. Ich habe ja gesagt, mindestens 30 Pfeile. Und dafür sollten wir genug haben. Ja, ja, das schickt. Das sind ziemlich genau 30 Pfeile, die wir machen können. So, warte mal. Ja, ziemlich genau 30. Ich glaube, es ist einer mehr. Einer mehr. 31 Pfeile. Sehr gut. So, warte mal. Ich lade einmal durch. Zack. Sehr, sehr nice. Okay, wie sieht es denn sonst im Inventar aus? Wir haben viel Stroh. Wir haben ein bisschen Holz. Fasern haben wir jetzt natürlich so gut wie gar keine mehr. Wir haben gar keine Fasern mehr. Okay. Dann ernte ich erstmal kurz Fasern. Also nochmal Büsche wegkloppen. Wir haben ja noch genug Platz im Inventar. Von daher alles cool. Und ich müsste auch mal schauen, dass ich mir dann bald wieder einen Bulbdog zähme. Obwohl ich auch gern was anderes zähmen würde. Ich würde mich auch über was anderes nicht beschweren. Ich würde auch gern bald die Bolas halt erlernen. Weil ein Raptor wäre halt auch wirklich cool. Aber ich würde halt auch gerne mit dem Raptor rumlaufen. Und ich kann mir noch kein Sattel craften. Das gibt es erst später. Deswegen ist alles so ein bisschen... Das ist alles nicht so einfach, Freunde. Das ist alles... Huh. Gut dacht. Das ist alles nicht so einfach. Wir brauchen noch so viele Level-Ups. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. So unglaublich viele. Okay, Fasern haben wir jetzt auf jeden Fall wieder deftig viele. Ich glaube, ich ernte jetzt gerade hier einfach nochmal Zeug, bis wir das nächste Level-Up haben. Ich glaube, das ist am besten. Weil dann haben wir auf jeden Fall wieder viel Zeug. Wir haben nochmal ein Level-Up. Weil irgendwie kann man auf jeden Fall erlernen, so Mauern aus Holz zu machen. Und man kann ja auch irgendwie so ein großes Tor aus Holz machen. Leute, gegen was kämpft denn... Gegen was kämpft die Krabbe da hinten? Hoffentlich klopft die Piranhas zu Brei. Ich hasse Piranhas. Die Scheißviecher haben mich in der letzten Folge so ekelhaft umgebracht. Und so oft... Diese Drecksbiester. Wirklich richtig penetrante Zeitgenossen. Okay, durch das Holz steigt natürlich richtig schnell unser Gewicht. Ich glaube, ich muss gerade erstmal Zeug wegbringen, bevor wir weitermachen. Ich mach das erstmal kurz. Einmal kurz Inventar wieder leeren. Holz und so wegbringen. Dann geht's weiter. Ich glaube, auch wenn ich es richtig gelesen hab, weil ich hab mich mal so ein bisschen über die ganzen Viecher, die es hier in Aberration gibt, belesen. Und diese Krabben, die heißen, glaube ich, Karkinos. Und die müssten sogar neutral sein. Also eigentlich, wenn ich denen zu nahe komme, dürften die mich nicht angreifen. Eigentlich. Die Betonung liegt immer auf eigentlich. Das dürft ihr nie vergessen. Das könnte auch... Ja, man weiß es nicht. Ich will es nicht ausprobieren. Sagen wir es mal so. Ich will es nicht da hinlaufen und dann von dieser Krabbe so... Ne? Mit so einer Schere, mit so einer Hammerschere einen in die Fratze kriegen. Das muss nicht sein. Gibt Sachen, die macht man einfach nicht. Okay, wir gehen mal hier rein. So. Wir haben richtig viel Holz. Packen wir weg. Okay, dann haben wir hier noch diesen Wasserpilz. Den bräuchte ich ja, um mir wieder ein Dings zu zähmen. Einen kleinen Pulkdog. Aber können wir jetzt ja erstmal nicht machen. So, hier haben wir Metall, das kommt weg. Hier haben wir Steine, die kommen weg. Das brauche ich alles nicht. Genau wie das ganze Zeug. Hier kann ich das nicht... Das kann ich fallen lassen. Genau. Das brauche ich alles nicht. Das habe ich schon alles mehrmals. Genau wie diese ganzen Bären. Das sind so viele Bären. Das sind so viele Bären. Und irgendwer meintest du mir, glaube ich, die Pflanzenfresser fressen am liebsten die blauen Bären. Das würde am meisten bringen bei denen. Ich weiß es nicht. Mach die Tür zu. Verdammte Hacke. Mach die... Mach die Tür zu. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich werde jetzt mal gerade gucken, weil irgendwo hier müsste ja noch unser Diplodokos rumlaufen. Weil ich würde dann auch gerne einfach mal den versuchen weiter zu zähmen. Oder einen Stegosaurus meinetwegen auch. Ich bin da eigentlich relativ... Oh, Moment. Ich darf nicht durch das ganze Zeug da laufen. Kann ich vielleicht auch so ein großes Vieh hier zähmen? Ginge das? Hi. Hi. Willst du was essen? Willst du was? Okay, nein. Die kann ich so nicht zähmen. Die kann ich so nicht zähmen. Was ist denn das da unten? Ist das ein Kanotaurus? Oh, der hat irgendwas getötet. Ach nee, das ist ein Basilisk. Ah, okay. Da gehen wir nicht hin. Da. Nee, nee, nee. Nee. Nee, das muss nicht sein, du. Das muss nicht sein. Was haben wir da oben? Oh, warte mal. Kann ich mir ein Knüppel gerade craften? Nee. Dafür brauche ich Holz und Fasern. Ah, warte mal. Das lässt sich ja schnell lösen. Hier, wir sammeln hier ein bisschen. Oh, das gibt Fasern. Fasern. Come on. Noch ein paar mehr. So, dann gucke ich nämlich mal, ob ich so ein Vieh vielleicht zähmen kann. So ein Keulenvieh da, weißt du? So ein, wie heißen die Viecher? Aber ich vergesse dann da auch den Namen von denen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, warte mal. Dann hole ich mir noch ein bisschen Holz schnell. Oh, danke. Das reicht schon. So, mache ich mir einen Knüppel. Dann gehe ich jetzt einfach hin und haue das Vieh mit dem Knüppel so. Papp. Mitten auf dem Kopf drauf. Dann ist Ruhe im Karton. Dann kriege ich ein paar Bären. Dann ist unserer. So machen wir es. Und wenn er sich zwischendurch anfängt zu bewegen, hauen wir einfach nochmal mit dem Knüppel drauf. Dann wird es schon funktionieren. Ich bin da guter Dinge. Genau da drüben, das scheiß Vieh. So ein Ding meine ich. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Wird schon schief gehen. Ist hier sonst irgendjemand? Nein? Okay. Okay, let's go. Let's go. Hi. Hi, wie geht's dir? Alles cool bei dir? Bro. Alles cool? Welches Level bist du? Level 18. Okay. Hier, du kriegst einen auf den Kopf. Oh, lol. Oh, der macht aber nicht viel Schaden. Okay. Okay. Nee, okay. Hier, zack. Hö. Oh, 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 oh. Okay, er macht doch viel Schaden. Ah, ah, okay. Okay, habst du mir anders überlegt? Habst du mir, ich muss mal schnell was essen. Okay, okay, okay. Ich töte ihn einfach. Ich töte ihn einfach. Hier. Friss das. Friss das. Ah, willst du jetzt zu mir kommen, hä? Jetzt willst du, jetzt, jetzt willst du, hä? Jetzt willst du. Hier, zack. Kriegst du noch einen. Kriegst du noch einen. Zack. Ja. Weil du so respektlos warst, mein Freund. Und zack. Kriegst du noch einen. Oh, wie viel hält denn der aus, Alter? Der wäre, glaube ich, echt gut als Kampfgenosse so, ne? Aber ich glaube... Ist er tot? Ich glaube nicht, dass er tot ist. Aber vielleicht kann ich ihn jetzt... Mit einem Knüppel? Kann ich ihn jetzt hier zu Tode knüppeln? Also bis er bewusstlos ist? Wahrscheinlich nicht so einfach, hä? Wird er so bewusstlos? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du. Der lebt noch. Der lebt noch. Ich kann mit einem Pfeil reinschießen. So, zack. Huh. Okay. Er ist wieder da. Hi. Hi, hi, hi. Warum kriegt der trotzdem nur viel Schaden? Ey, ich schieße ihm doch voll in den Kopf rein. Guck dir das mal an. Ich schieße ihm voll... Volle Breitseite in die Rübe rein. So. Das juckt ihn gar nicht. Und wenn ich jetzt hingehe... Ey, ich kann ihn... Ich kann ihn nicht betäuben. Der lässt sich nicht betäuben. Weißt du das? Jetzt ist mein Knüppel kaputt gegangen. Freust du dich? Hä? Kollege. Bist du jetzt glücklich? Bis jetzt? Und wenn ich ihn hier in den Arsch schieße? Ja. Greift mich irgendwas anderes an? Nein. Nein, nein. Okay. Keine Ahnung, Freunde. Ich weiß da auch nicht. Ich bin da kein Experte. Ich bin da kein Experte. Ich dachte, ich hau ihn jetzt mit dem Knüppel zweimal auf den Kopf. Da ist er betäubt. Aber... Ne. Ne. So einfach machen einem ist die Viecher dann doch nicht scheinbar. Ich hätte jetzt gehofft, es wäre so einfach. Aber nein. Ich will halt mal irgendein cooleres Vieh jetzt haben. Als immer nur so ein... Ja, irgendwas, was auch kämpfen kann. Irgendwas, was mir helfen kann. Irgendein Vieh, was krass ist. So, wisst ihr? Wie ich meine? Na? Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Haha. Oh je. Okay. Und ansonsten... Jo. Arbeiten wir eigentlich weiterhin nur auf dem Level-Up-Pin. Unser Inventar ist leer, also ernten wir weiter Holz. Meine... Oh, Moment. Ich habe meine ganzen Steine weggegeben, ne? Ah. Ah. Ich muss erst noch mal Steine kloppen. Wir müssen erst mal noch mal Steine kloppen, Freunde. Aber okay. Wir machen das. Wir machen das. Schade. Ich dachte jetzt echt, wir kriegen den... Oh, ich muss was trinken. Ich dachte echt, wir kriegen den jetzt betäubt. Und dann hätten wir den so als Kampfgefährten haben können. Aber wäre wahrscheinlich auch zu einfach gewesen. Wenn du einfach hingehst, bockst den auf den Kopf und der ist betäubt, so. Wäre schon ein bisschen zu easy gewesen. Aber na gut. So ist das Leben, ne? So ist das Leben. Aber egal. Wir haben uns ein paar Steine geschlagen. Das reicht doch schon. Achso, wir machen uns noch die ganzen Bäume hier. Für das ganze Jude Holz. Dann werden wir ganz viele Holzwände craften. Und ganz viele, äh... Holzfundamente craften. Wenn wir das alles haben... Wenn wir das alles haben... Stimmt. Das könnte ich jetzt eigentlich schon mal machen. Ich könnte jetzt schon mal Holzfundamente und so craften. Und während ich das mache, kriege ich ja auch viele XP-Punkte. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. So, jetzt muss ich mich einmal kurz ausruhen. Ausdauer ist erschöpft. Das geht ja relativ schnell. Wir essen nochmal kurz was. Unsere Hauptnahrungsquellen sind echt Beeren im Moment, ne? Ob das so gut ist? Diese einseitige Ernährung. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaub's ja nicht. Das kann auf Dauer nicht gesund sein, Freunde. Das kann auf Dauer nicht gesund sein. Aber gut. Ausdauer ist wieder da. Ich hau' jetzt echt nur noch die beiden Bäume hier weg. Und dann craften wir erstmal ganz viel Zeug. Weil dann können wir auf jeden Fall ein Level-Up danach. So, den Baum hier noch. Oh, da oben ist noch einer. Den holen wir auch noch. Und dann haben wir definitiv ein Level-Up. Weil wir können echt schon viele Sachen... Alter, was heißt viele? Auf jeden Fall einige Sachen schon mal. Okay. Okay. Scheiß auf den Baum. Scheiß auf den. Den will ich nicht. Den will ich nicht ernten. Den mag ich nicht. Der hat direkt meine Axt kaputt gemacht. Boah, ich hab jetzt irgendwas in der Nase, ey. Mein Näschen juckt. Das ist nicht cool. So, wie machen wir das jetzt? Ich lauf, denk ich mal. Ja doch, ich mach das erst beim Haus. Ja stimmt, weil sonst kann ich mich gleich eh nicht bewegen. Wenn ich jetzt unterwegs anfange zu craften, stehen wir ja gleich hier und können nirgendwo mal hingehen. Und dann hab ich das ganze Zeug im Inventar. Das hilft ja niemandem. Was drehe ich eigentlich hier raus? Steine. Sonst noch was? Irgendwas cooles? Kristall! Okay. Was bringen wir hier, Kristall? Was kann ich damit machen? Was kann ich damit machen? Irgendwas Gutes? Irgendwas Tolles? Nein. Ich weiß es nicht. Du bist erschöpft. Ruhe dich kurz aus, um deine Ausdauer zu regenerieren. Alter, warum kommt das heute so oft? What the fuck? Was ist los mit dem Typen? Okay, so, wir gehen hier rein. Ich mach die Bude dicht hinter mir. So. Okay, ich guck erstmal so ins Inventar. Ich kann ja bestimmt auch so schauen. Ich kann so nix craften. Ah, ich hab keine Fasern. Ah, keine Fasern. Okay. Ich nehm mal eben 200 Fasern. So. Okay, was brauchen wir? Was brauch ich fürs Fundament? Fürs Fundament brauch ich mehr Holz. Ja, moin. Okay. Nehmen wir nochmal 100 Holz rein. So. Okay, jetzt kann ich mich nicht richtig bewegen. Egal, wir bauen Fundament. Einmal. Und. Nochmal. Okay, zwei Fundamente. Auf jeden Fall ein Level up. Okay. So, warte mal. Dann lernen wir dieses Mal. Was lerne ich denn? Ich lerne jetzt mal Wasser. Okay. Wir haben zwölf Lernpunkte. Zwölf Lernpunkte. Gut. Was bringen wir jetzt Holzpfeiler? Fügt der direkten Umgebung strukturelle Integrität zu. Kann auf schrägen Flächen auch als Pfeiler für Gebäude benutzt werden. Lernen wir. Lernen wir. Okay, jetzt hab ich nur noch drei. Nice. Okay. So, schräge Holzwand. Für schräge Holzwand muss ich... Ah, dafür muss ich auch noch schräge Strohwand erst erlernen. Echt jetzt? Um schräge Holzwand zu erlernen, muss ich schräge Strohwand erlernen. Was ist das denn für eine Scheiße? Yo, dann muss ich das auch noch mitlernen. Ja, moin. Na, klasse. Na gut. Whatever. Okay. Craften wir weiter. Okay, dafür brauche ich jetzt dann wieder Holz und Stroh. Gehen wir mal ins Inventar. So. Okay, ich brauche auf jeden Fall gleich neues Stroh. Stroh ist auf jeden Fall mein Hauptproblem. Bei dem Ganzen hier. Bei der ganzen Aktion. So. Stroh ist dann jetzt genau aus. Genau zu Ende jetzt das Stroh. Ja, ist genau auf Null gegangen. Okay. Und Holz habe ich auch nicht mehr viel. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal neues Holz und neues Stroh besorgen. Aber ich habe schon mal vier Holzfundamente. Die lagern wir mal direkt ein. Das Holz und die Fasern kommen mit zurück. So. Und ich muss jetzt eigentlich nur gehen und mir nochmal neues Holz. Was muss ich mir besorgen? Ja, Stroh, Holz. Ja, ich mache einfach alles nochmal. Einfach weiter. Holzstrohfasern, Holzstrohfasern, Holzstrohfasern. Und es bringt wirklich viele Erfahrungspunkte. Damit können wir auf jeden Fall gut grinden, wenn wir davon schon mal viel bauen. Damit werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weitermachen, Freunde. Das war es erstmal für diese Folge. Für diese Folge, ja. Klepp, klepp. Wir haben unsere ersten richtigen Holzteile gebaut. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da werden wir noch viel mehr Holzteile bauen. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Und bis dahin. taking care. Outro